Ich bin 8000 Kilometer hierher gekommen. Ich habe andere Möglichkeiten gehabt. Ich war in Vancouver, in Kanada, hätte dort meinen Master machen können. Ich hätte ihn auch vielleicht in Amerika machen können oder in England, aber ich habe mich für Witten entschieden. Und zwar, weil ich gehört habe, und das hat sich hinterher bestätigt, dass das ein Ort ist, wo ich meine Kreativität entfalten kann, Start-up gründen kann, mich inspirieren lassen kann von Philosophie, obwohl ich Wirtschaft studiere. Und das ist der Ort, wo ich wirklich hinwollte. Ich bin ein internationaler Master Student in der UWH und ich freue mich sehr, die Freiheit in dieser Universität. Und als eine Master Student, ich bin frei, zu wählen die Seminare, die ich gerne möge und sogar ein Seminare zu organisieren, die wir denken, dass es notwendig ist. Also aus der Erfahrung von Freiheit, ich weiß besser, was ich bin und was ich, was ich in der Zukunft schon in der Zukunft brauchen. Ich freue mich wirklich hier in der Freiheit. Ich hoffe, dass diese Universität besser werden kann und besser werden und auch öfters sind. und diese Freiheit in der Zukunft behalten. Hier muss ich nicht mit 300 anderen Studenten um Sitzplatz im Hörsaal kämpfen, sondern ich kann mit sechs anderen Leuten und einem Arzt effektiv zum Freilernen. Ich bin in Witten, weil ich in Witten mein Studium selbst in mir annehmen kann, weil ich eigene Schwerpunkte setzen kann und eine eigene Richtung einschlagen kann. Besonders im Medizinstudium ist es für mich wichtig, dass ich freie Entscheidungswahl habe. Das Bereich an diesem Ort ist, dass das Studium von Konflikt lebt. Wir alle sind sehr unterschiedlich, wir sind sehr divers und dadurch wird man jeden Tag aufs Neue mit anderen Lebensperspektiven und Lebensweisen konfrontiert. Dadurch steht man in einem ständigen Prozess zu sich selbst, der sich verändert. und das ist unheimlich förderlich für den Menschen an sich. Diese Uni hat Profil und der lässt deshalb Spuren. Ich habe mich kennengelernt, wie kritisch die Deutschen sind, wie direkt die Deutschen sind und wie intensiv die Diskussionen sind. und zwar, ich möchte etwas sagen, ich kommeacionalisch mit dieheit der Gesellschaft des B気 und darüber räumommen Sie. Das kann man nichtronomerisch werden siedelt, Das kann man nichtronomerisch werden, ich küffest es immer nur alles um und anittelgerer bedenken. können, wo ich es gerne möchte. Egal ob es Studiengebühren sind, egal ob es die Konzeption neuer Studiengänge ist, egal ob es die Entwicklung der eigenen Fakultät ist, überall stoßt man auf offene Ohren, die Professoren, die Dozenten, die Kommilitonen, alle haben immer ein offenes Ohr, wenn es darum geht, neue Dinge in dieser Universität zu integrieren und zu entwickeln. With great perspective of learning and also it provides us with the freedom to think of bringing other aspects of life into the study, which makes it distinguished among the Universities. Das Wichtigste, was mich hier in der Uni hält und worauf ich mich immer wieder freue, sind eigentlich die Menschen, die in der Uni studieren. Und das ist für mich eigentlich etwas ganz Besonderes, was die Uni hier ausmacht. Egal ob gut oder schlecht, hier herrscht sehr viel Diskussionsfreude und Mitteilungsbedarf. Ich studiere hier, weil es keine andere Universität in Deutschland gibt, die eine höhere Selbstständigenquote bei den Absolventen aufweist. Wie kann ich mit anderen Menschen Dinge bewegen, ohne mich auf ein Fach beschränken zu müssen? Wie kann ich nicht Soft branchieren? Wie kann ich mir vorstellen? Was bist du im Laden? Über dessas Strategie also sehe ich zu. Untertitelung des ZDF, 2020